der fuck da der geisterbeinhelm nicht mehr da ist können die geister einfach nur nach lust und laune verlassen ein mystiker helm ist verschwunden wird menschen hat immer so leicht gestohlen schicksals wieder wir brauchen deine hilfe die steine süd zu landen wirtschaftlich zu sie ist außer atem ihre worte abgehackt die borste beruterschaft greift die ganz treuzung an von dieser schlampe ringwerferin kaliter an angeführt ganz ehrlich schafft ihr eigentlich auch irgendetwas ohne meine hilfe das gebe ich was gibt ihr mir dafür brauchst du bruderschaft angreifen vernichtet diese mutterlosen schweine bündnis verraten bündnis verraten die borste bruderschaft angreifen sagen sagen wir uns von diesen nationellosen nach und los wir leihen unsere stärke dem glanz des nordens winter versucht die linie zu halten sie sind in der stadtmitte der nähe des flusses beeiligt bevor wir überwältigt werden das habe ich wohl losgetreten als ich mich mit dem obermacher hier angelegt habe aber die können ja eigentlich fast nichts ach ja ich sollte auch bei ihm mal gruppe verteidigen und bei ihr das einfach das sind nicht einfach wahllos fähigkeiten einsetzt und da ist die ringwerferin gut ich schreibe mal für mehr schaden jetzt muss erstmal der plünderer weg und jetzt diese verrückte und land wie halte ich mal selber da frisst stein so berwick taunt hier nochmal und land wie du machst auch mal hier schutz an jetzt muss dringend mal berwick gehalten du kannst durch den schatten heilen so was hatten sie hier dabei das können wir mal schnell nachgucken ein zweihandhammer minus fünf rüstungsdurchdurchdringung aber ist verheerend ja komm dir mal den großen hammer land wie ist schon ein bisschen aggressiv bei dem was er da so rumschreit so da ich mit dem nackten bereich nur mal zu stechen übernimm vom ziel erlittenen schaden so das machen wir mal dass beide den boni kriegen wenn er entweder mehr heilarbeit hat dann heile ich mal berwick berwick hat eine wunde das ist nicht so schön aber war es das schon? nein das war es noch nicht ja kehre zu cedina lass mir hinter dass die bronze die bruderschaft gekümmert hast da habe ich eben noch nicht noch nicht ganz da sind noch zwei von der sorte die kriegen wir aber auch schnell weg achso bei der zieht das wirklich als einhandwaffe das sollte ich mir auf jeden fall merken wenn ich bei ihr steigere wie jetzt zum beispiel muss ich einhandwaffen steigern also stärke und genau ich und gewandtheit nicht für zwei handwaffen entschlossenheit ja gut das habe ich nur auf zwölf gemacht entschlossenheit dann jetzt hauptsächlich die beiden und lebenspunkte so titanin was gebe ich hier denn weil hier brauche ich gerade nichts adaption frost adaption schock berserker zorn er hilft die anzahl der feinde die töte dem schaden in kampfbindung nehmen kann ist eigentlich auch nicht schlecht wieder soviel tote hier ein schicksal spinn und danke für deine hilfe ich bin beeindruckt wie schnell du diese broste besser erledigt hast ich bin wirklich beeindruckt das muss ich sagen von dir kann ich das nicht gerade behaupten was ist mit dem geistermann hergeschehen ich weiß es nicht ich war zu der zu sehr damit beschimpft die bruderschaft davon abzulegen gehen in der stadt zu ermorden aber es ist absolut entscheidend dass wir ihn wiederfinden ich spreche mit eldian vielleicht hat jemand in der stadt gesehen was passiert ist da ist der helm rettum und hätte man von 90 spätisch von dir danke schicksals behinder das wäre eine bessere ablenkung gesagt als ich gehofft hatte mehr brauchte ich nicht umzonen was ich wollte aber jetzt habe ich aber jetzt habe ich arbeit vor mir einen stein auf rettum und werfen eine rühle geste zu rettum machen stummt rein blicken rettum und starte ich einen kurzen umblick lang an als würde er erwarten dass du etwas sagst nun wenn das alles ist was sozusagen hast jetzt bitte schuld und läuft in richtung süden davon ja schön wie sie sich da gerade kratzt du verdammter feigling komm her dann mache ich dich einen kopf kürzer ah wen haben wir denn da allerdings ein kleines bisschen zu spät was rettum und lacht er hält ein salm mit dem ziel gefesselt sind sie blickt rettum und hasse erfüllt an nachdem ich nur den geister bahn und die meisterin der esse habe kann mich nichts mehr davon abhalten die geister auf lizians kreuzung loszulassen zählen den akkord und machen den schritt auf rettum und zu er springt nach hinten und hält seine hände abwehrend vor sich du merkst dass er ein blaues auge hat und seine nase blutet du mutterloses schwein zählen er spuckt ihn an ihre kleider sind voller blutspritze und sie versucht ihre hände aus dem festen zu befreien sobald ich mich befreit habe und ich werde mich befreien wird dein blut sich zu dem deines schergen auf meiner rüstung gesellen ein hammerschlag gegen meinen kopf wird nicht ausreichen um mich auszuschalten feigling deine männer als ablenkung zu verwenden du weißt dass du mir nicht gewachsen bist wenn du mal einen weiteren schritt von zielina weg bevor er weiter spricht nachdem die geister befreit sind werde ich die invasoren vertreiben die glauben diese stadt wäre ihre heimat und ich werde beweisen dass du die borste bruderschaft stark genug ist um netians kreuzung zu beschützen wenn du mich jetzt entschuldigst ich muss eine stadt gefährden damit ich sie retten kann ja quest aktualisiert rettumon hat den beistermann in dem ansicht genommen er darf mit jans kreuzung nicht verlassen ja wurde aber mitsamt dem helm von rettumon entführt das heißt ich muss jetzt erstmal beide retten sobald ich mich um die hier gekümmert habe schleichen kann ich jetzt vergessen ok berwick braucht gleich schon mal heilen pack doch gleich eine heilung hinterher oder auch gleich noch meine heilung zweiter atem ich glaube ich werfe mal das hier an okay das hat glaube ich jetzt nicht so viel gebracht dann muss ich berg hat zwei teilen zornfähigkeit weiter aus dem bruderschaft freigeschalten wenn man nicht aufpasst beinschienen der borsten im bruder schafft ja sag bloß wie ist jetzt da drin und säuft ein 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 ein